Applaus Also ich freue mich über Ihr Kommen. Es ist uns ein spezielles Vergnügen, Ihnen an diesem Abend verschiedene arabische Tänze vom Klassisch-Oriental, dem Raksharki, über Folklore-Tänze, wie dem Saidi, das ist ein Stocktanz, bis hin zu modernen Rhythmen und Choreografien näher zu bringen. Da ich seit ca. 21 Jahren im In- und Ausland, überwiegend in Ägypten, diese erwähnten Tänze erlernt und in Gruppen und Solo-Tänzen weiterentwickelt habe, gründete ich vor ca. 2 Jahren diese Tänzgruppe, genau, eigentlich heißt es ganz richtig, Töchter der Sonne. Okay, so wir kommen dann auch zurück in die Tänze, die Rhythmen und Choreografien näher zu geben. Die Kante-Tanz der Salome mit den Siebenschleiern wird jetzt von den Damen Elisabeth, Pezzyk, Irene und Regina neu interpretiert und im Eidenschleier getanzt. Vergnügen! 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018